Ein herzliches Hallo von der Musikmesse 2012 in Frankfurt. Wie man unschwer an den Aufbauarbeiten, die noch im vollen Gange sind, erkennen kann, haben wir uns bereits einen Tag vor dem offiziellen Messestart Zugang verschafft. In diesem Fall in die Halle 5.1 und jetzt aktuell befinden wir uns am Mook Music Stand, wo wir mit spitzen Zähnen uns dem Mook Minitaur nähern, das aktuelle Produkt von Mook. Heuer rausgekommen, präsentiert wurde er auf der NAM und er schaut ja wirklich zu putzig aus. Wie man sieht, er ist kaum größer als meine Hand und er klingt sicher auch ganz extrem. Analog-Based Synthesizer und genau so klingt er auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017